Guten Morgen ihr Lieben, wir spielen Battleships. Ne, nicht Battleships. Doch, doch, World of Warships. Ich hab's heute irgendwie mit Battleships. Fragt mich nicht warum. Wir haben, wie ihr seht, gerade erst damit angefangen. Sind dazu auch noch, glaube ich, wenn wir dann spielen, richtig kacke? Ja, wir sind totale Kacknoobs, aber das ist absolut nicht schlimm. Ähm, weil, bis auf das Tutorial haben wir noch nichts gespielt und, ähm, ja, Schiffe sind sowieso nicht normal, äh, so unser Fall, oder? Ach, geht so. Ich glaub, Schiffe sind mehr dein Fall als Flugzeuge. Oh ja, also schlechter als, ähm, fliegen geht, glaub ich, gar nicht mehr. Wird das halt Spaß in Star Citizen. Ja, starte mal. Ja. Ja, wir bräuchten jetzt unsere liebe Sniper-Sau dabei. Der, äh, sucht dort eh alles von, alles, was mit Krieg zu tun hat. Nimm Glück. Sei es fliegen und schießen, schwimmen und schießen oder Panzer fahren, das ist vollkommen egal, der kann das alles. Ja, auch laufen und schießen funktioniert bei denen super. Ne, laufen ist nicht gut, der sitzt besser in der Ecke. Äh, stimmt. Äh, ja, das, der kommt, mal gucken, ob der später noch dazu kommt, äh, irgendwie so grundsätzlich. Gefecht stark. Stimmt, ist jetzt ja nur, äh, sozusagen nur ein Botgefecht, oder? Ja, mehr kann ich noch nicht. Ja, ich hab ja schon drei, ich hab ja schon drei Spieler so gemacht. Ja, ne, also ich hab... Du kannst ja dann mal bei mir bleiben. Das heißt, es hat zwar nichts mit irgendwelchen... Wo bist du denn? Ich bin neben dir, ich bin so in... ich sollte so in gelb... Ja, da, ich seh dich. Müssen wir nicht weiter nach rechts, um irgendwie B einzunehmen? Ja, aber bedenke es, du schießt ja meistens... Die meisten Kanonen hast ja auf den... also du hast nach vorne eine und hinten eine, oder wie auch immer, welches Schiff du gerade hast. Und, äh, du schiebst halt... Ja, ich kann leicht... leicht seitlich, funktioniert schon. Ja, seitlich nach vorne... funktioniert schon, aber trotzdem... überläuft's ja trotzdem über Breitseiten. Warum? Ach so. Warum was? Ne, schon gut. Der eine ist Silber. Dass du gelb bist, weiß ich, aber dass der eine Silber ist, versteh ich gar nicht. Ob ich das finde? Biss man das selber? Oben in der Leiste. Ja. Ach so, ja, ich schätz immer, das ist man selber. So. Ich hab nicht so ne... ich muss schon wirklich auf die Seite gehen, sonst schießen nicht so viele meiner Geschütze. Ich hab ja... acht Stück, vier auf jeder Seite? Ne, fünf auf jeder Seite? Fünf. Wenn man es sehen kann, ist man klar im Vorteil. Ja. Ach, du ballerst schon? Hast du irgendwas gesehen? Ne, ich wollte einfach nur mal gucken. Ich hab das Schiff gerade erst bekommen. Ach so. Ich muss nur noch ein bisschen nach links, weil sonst... Äh, vielleicht... Fährst du in die Insel rein? Du kannst auch auf Autopilot, wenn du M drückst, kannst du so einen Wegpunkt setzen, dann fährt der da hin. Oh, interessant. Du forst direkt was. Ja, ich seh's. Ach, ich muss mal ein bisschen schräger... Hinter der Insel aber. Ja, ja, ich versuch ein bisschen schon den Breitseiten. Da kommt schon... Ja, da kommt schon mehr. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Der muss nicht liegen. Ja. Ich treff den Fass. Das ist knapp. Ja. Ja, genau. Nicht schlecht. Ah, ich hab was getroffen. Aber zum Beispiel jetzt macht das halt Sinn. Oh. Sich mal hier so eine Breitseite zu gönnen. Ach, ich hab Feuer. Prima. Der dreht auf mich zu. Ja, ich dreh jetzt ab. Damit ich ihn mit allem, was ich habe... Äh, ich geb den mir jetzt einfach. Hm, das war schön. Ich fahr an der Insel vorbei, hoffe ich. Ja, ich fahr an der Insel vorbei. Komm ich hinter der Insel wieder gleich raus. Und das ist ne gute Idee, das mal zu überprüfen. Full Speed zurück! Danke, weißt du, was du gesagt hast. Du weißt ja, Full Speed zurück funktioniert nicht immer. Erinnere dich an die Titanic, aber ja. Ja, aber ich wär sonst volle Kanne in die Insel reingerast. Wo sind sie denn? Da sind sie. So. Da hab ich doch ihn. Schatzi, Schatzi. Ja, genau. Oh, du hast mich erwartet. Ich erwarte dich auch. Hab ich ja trocken? Oh, ja. Hab ich noch mehr als da? Ne. Den da. Come on. Bam, mein Geschütz erwischt. So schön. Kleiner Wichser. Klick, 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 klick. Ich hab ihn in Brand gesetzt. Alles gut. Wo seh ich mein eigenes Leben? Links. Ach scheiße, ich brenne. So aufpassen, da vorne kommen ganz viele Torpedos. Ich weiß nicht, ob die auf uns gerichtet sind. Ich glaub schon. Ja, einer ist kaputt. Ja, ich sterbe hier. Alter, was ist das denn für ein Kriegsschiff, ey? Ich hab hier vier Schiffe am Arsch. Ja, ich seh jetzt wo du bist. Ich bin aber um die Insel rumgefahren. Ah, ich bin tot. Oh, da ist noch eins. Ja, ich seh jetzt die anderen Schiffe. Wie geil ich einfach am sinken bin. Ich will auf dich. Da. Du brennst, du brennst, du brennst. Ja, ich weiß, dass ich brenne. Den kriegst du ja. Ich hatte mich hinter der Insel versteckt. Den in 4,3, den solltest du auch kriegen. Das war der Spasti, der mich abgeschossen hat. Ich krieg Torpedos ab. Ja, das hat richtig weh getan. Ich krieg den aber, glaub ich, nicht mehr. Echt nicht? Der hat so wenig Leben. Ja, ich schieße ja schon gegen den Bescheid, Alter. Ja. Perfekt. Hab ich ihn erwischt? Ja, ja. Ich hab blind geschossen über die Insel drüber. So. Aua. Ich kann nicht mehr für Leben. Aua. Der hat mich auch nicht lieb, der in 3,4. Ja. Aber der kriegt dich nicht mehr. So, fahr direkt um die Insel rum. Ja, ich fahr um die eine Insel rum und jetzt um die nächste Insel rum. Ja, weil der verfolgt dich. Deswegen dachte ich, damit der dich nicht abschießen kann. Ja, aber ich mach jetzt eine Linkskurve. Achso. Ja, okay. Der hat ja jetzt auch ein anderes Ziel gefunden. Perfekt. Ja, und ich fahr um die andere Insel rum, um das Gebiet hier einzunehmen. Ist sowieso nur noch ein Schiff von denen. Ist nur noch der. Aber trotzdem. Ich hab nur noch einen Bruchteil meines Lebens. Muss ja nicht sein. Ja. Ja. Oh, der hat mit den Torpedos vorbeigeschossen auf seinen Freund. Ich hab letztens versucht mit Torpedos zu schießen. Also mit dem Premium Schiff, was du über den Code bekommen hast oder so. Ja. Das war, ähm... Ja, sagen wir erbärmlich? Ich weiß nicht. Das war dein Wecker, oder? Jaja, das war meiner. Ich hab so intuitiv zu meinem Handy gegriffen. Aber es leuchtet gar nicht. Aufmerkungsbereich. Ah, da ist sogar noch eine Arbeit reingefahren. Ja, jetzt. Ich würd sagen, Full Stop und fertig. Na ja, ich hab eh gewonnen. Ich glaub ich trotzdem Bots, ne? Ja, sind Bots. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich konnte ja noch nichts. Wie viel hast du erhalten? Münzen? Ja. 22.610. Und Erfahrungspunkte 332. Ja, okay. Ich bin bei 14.260. Was hast du denn genommen? Ich find die Russen und die Deutschen ganz cool, weil die haben die größten Kanonen. Äh, ich hab jetzt erstmal den Anfänger-USA-Kreuzer-Dings genommen. Einfach... Jaja, das ist auch ganz nett. Ich kann ja mal hier die Deutschen ausprobieren. Uh. Ja, die Hamelin hat zwei große Geschütze. Das ist eigentlich ganz lustig. Ist immer noch relativ schnell. Naja. Ja, oder ich nehm hier so'n Japaner. Der hat voll die übertriebene, ähm, Manövrierbarkeit. Und sowas ist bei mir immer gut. Ich weiß. Das ist noch nicht bereit. Ich weiß. Ich weiß.